Das sieht vor aus, als würde ein Frott durchgerammelt werden. Ah, ich hab ne Shotgun. Gott! Oh, ich hab der Pistole, coole Shotgun. Kaum spawne ich, falle ich von irgendeinem Holabgrund runter. Okay, pass ich es. Ja, ich... Eindeutig, eindeutig. Ich bin Preparing, macht euch Sorgen. Scheiße, ich bin Traitor, ich mach jetzt Selbstmord. So, Tritrotron, go. Tschüss! Da hinten ist jemand, der kommt auf. Ui, ich hab den einfach so. Wie hast du es geschafft, dass die Granate hinter Luft explodiert? Die Granate kann man kochen, was? Was ist das eigentlich? Ah, Decktor nicht. Nein, das kann man kochen. Das kann man kochen. Sag mal, das ist ja so. Find ich auch nicht. Ich finde, es ist mein Franzobus oder wasch wieder. Wenn er ich glaub, die kann man, die muss man garen. Ja, glaube ich auch garen trinken. Garen. Kein Lebenswischen wie das später. Ja, also Phantom ist weiter. Ja, also Phantom. Oh ok, Phantom, ich hab deine Erlaubnis, ne? Was? Hat er geschossen? Nein! Es ist der Runtergelaufen, ey! Ich versuch mal runter zu gehen und nicht abgeschüttet zu werden und ihn zu identifizieren. Junge! Ich kann gerne da runter gehen, wenn ihr wollt. Ich bin da schon, aber ich hab Angst. Guck, hier ist übrigens mein Blut, hier wurde ich angeschossen. Von wem denn? Von dem. Ja, von Kasu. Aber Kasu ist innocent. Ja, wenn ich den fühlen warst, dann bist du tot, ne? Sani! Oh, Sani! Ja, Alex ist. Eindeutig. Ja. Wer ist das? Ich hab's nicht mitbekommen. Alex! Ok. Ja, ich bin eindeutig. Ja, du bist es immer. Ja, natürlich. Du bist, glaube ich, so ein Running Gag, oder? Ja, das ist echt ein mega Running Gag. Also sowieso. Patrick! Was geht da? Was geht da? Was geht da? Autsch! 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 Mann, ich will da gar nicht noch hoch! Ich will da hin, danke! Ach, das ist nur Detective. Wer erfolgt! Da ist nichts drüben, also. Kann ich auch! Komm, lass uns mit im Taschenamten-Mörsern! Hallo! Malzbier! 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 Los! Das war's genau von meinem Monitor schon wieder. Ich leere vielleicht verbracht! Ich komme immer wieder. Wir kommen immer wieder! Wohrwacht euch! Wohrwacht euch! Wohrwacht euch! Komm ich denn hier am besten zu zu anderen partnern… Ah, da. Ah, das ist ein Zimport. Wer ist grad' runtergesprungen!? Prozent nicht abschließt, lass mich in Ruhe. Der Detective ist tot. Der hat mich selbstwortgeschüttelt. Ich habe mich selbstwortgeschüttelt. Ich habe mich verlaufen. Der ist wieder verdächtig. Okay, viel Leben und Malekskritten wurde doch vom Detective als Traitor genannt. Ja, ich bin immer der Traitor deswegen. Später werde ich schon lauter Traitor-Items eingesetzt. was machst du denn du bist traitor hallo ich will identifizieren danke so fehlt nur noch einer ich habe nicht beobachtet bist du Traitor ich komme mit den Lüftungsschichten auch nicht klar. Einer von euch ist Traitor Töter euch gegenseitig Proven innofender zu tötet euch Autsch das hast du noch gemacht ich kann gar nicht damit klar mit diesem Ohr Lüftungsschacht Lüftungsschacht in der Mitte geht es hoch, an der Seite runter. Ja, das hab ich ewig nicht verstanden ey ich wollte, Malik ist leider hochgegangen, wo ich ihn grad zum Headshot verpassen wollte mit das Naipa Will wer mit mir Wodka essen? Wodka essen, ich würd eher Wodka trinken, aber... Nee, was bist du für ein klanker Mensch, Alter? Ja, das ist korall Mit dir oder ohne Milch? Mit dir oder ohne Milch? Ja, mit Ja, gut, das wär's mit zu machen. Ne, jetzt ist es ein Netz mit zu Pussy-Leik mit... Ja, was, natürlich wird das verpflichtig hartgut. Das stinkt nur, das ganze volle Milch. Ja, hallo mit Milch. Ne, dann macht das, man muss nicht Ultra-Hitzt. Dann ist es noch schlimmer. Direkt von der Kuh. Da, also direkt von der Kuh. Hey, mal links. Okay, jetzt nicht aufschauen. Ich bin Polizei. Bevor das noch ausmacht... Ich bin leider eh nur... Das ist langweilig. Hey, Sunny, du bist mein Nicht-Detektor. Ja, heute mal nicht. Heute mal nicht. Ich bin Polizei. Aber... Ich bin Polizei, ich bin besser Polizei. So, pass mal auf die Polizei. Bin da. So, alle, mach bumm, mach bumm, mach bumm, mach bumm, mach bumm. Und dann, ich bin der für euch. Ja, ich bin der für euch. Ja, und dann, ich bin der für euch. Kommt, alle Leute, komm, wir machen jetzt Party hier, jetzt macht's Bumm. Ah, die Hardcube auf. Bumm, bumm, bumm. Bumm, bumm, bumm. Oh Gott, das ist schon eine Frage. Der bleibt auch einfach stehen, Alter. Ich bin auch erstmal vorher gelaufen, weil Mal jetzt. Ich dachte, das wäre so eine Weckkirac. Was? Bleibst du auch noch einfach stehen. Kannst du? Warum bist du eigentlich verletzt? Was? Weil ich gerade durch Brandfeuer gelaufen bin. Okay. Ach, das hier ist das Bum-Bum. Beiseite, ich mach das Bum-Bum. Das Spiel ist unlogisch, die legen Lego-Scheine und ich kann einfach so rausgehen. Beiseite. Hey, Detective! Detective! Komm mal mit, wir machen BUM! Oh, macht ihr hier? Find ich richtig. Wer schießt da? Weiß ich nicht. Wer schießt da? Shotgun, Shotgun, Shotgun. Okay. Animator, Phantom war Traitor, Gla euer War poetscheidem Scripture. Ja, Phantom cheater doch! Amt handsome sein Kita, also neighbour suinien. Hallo, ich bin. Ich möchte nicht mit euren Überlust, nicht mit sovielen. Los, Leute, das macht wieder Bum. instances ich hatte Vanдеck einenrieden Hunbing, der hat er geschossen auf dem Boden. Ach so, okay. Ich muss dir auch mit Minuteníamos zu werfen. Ja, man hört mal auf damit. Ja, man hört mal auf damit. Ja, man hört mal auf damit. Voll sieb, ey. Voll sieb. Ja, okay, wir haben den Traitor, es ist Sunny. Na? 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 Was? Na? Was? Das ist schon wieder erst, das geht nicht. Boah, hast du den Sound gehört? Hier, guck mal, warte, hier. Oh, was? Oh. Wer ist gestorben? Weil ich nicht habe ihn mit der Quoma aufgebracht. Oh, Loll! Oh, Loll! Ich wurde einfach Rantem umgebracht, ey! Dann GG! Ja, das, nein, das Muckin Rantem. Er hat das einfach geahnt, der Junge. Im Urin! Im Urin! Nullziiiiiid! Heid! Lebt er jetzt? Er ist dort... mit einer Suizid schreit dann lebt er ja. Kann nicht so sein! Natürlich. Hey, freinsam, freinsam, freinsam. Kein Fandomist Traitor, Fandomist Traitor. Nö, ne, ich glaub's, ganz sicher. In C! Also klar bist du es, ohne Mist! Brennt bestimmt Wasser. Natürlich! Wasser brennt, warum? Unruppelig Geld. Ey Hacker! Ey Hacker! Boah ey, ihr voll von jeder Seite! Okay, ich geh zum Detektiv, traurig. Dem traurig. Dramatisch, schade ich, was ich gerade umgekehrt. Den bringt, den Detektiv für der Einzige, der nicht, ouch! Ich hab' einfach mal gesagt, ich brauche mehr Ammo, und jetzt halt auch, wie zu machen, die Generation! Hier, Patrick, kann man auch Diskus zu dürfen? Nein! Doch! Da wird ein Punkt, die Wingswerfen vom Dachwerfen mit Scheißen. Blablabla, das ist so behindert. Ich, das klingt einfach nur so, blablabla, 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 blablabla. Oh! Oh, blablabla Da Camper. Bin ich gar nisch! Oh! Boah! 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 Das ist meiner! Was macht das? Wie hat das für Runden? Du hast so richtig geil, die sagen wie ein Newton-Internaschal oder sowas. Ja, ich wollte dich runterschicken. Hab' das hab ich gesehen! Hahahaha! Ha ha ha! Oh, GG. Ah Sunny, du bist schon wieder Detective! Alter, was sind das für mich? Fuck! Dann bin ich nur vom Detective umgebracht worden. Kack Detective, kack Detective. Ja, ey, der Traitor war der Geizte. Ich werde, ich werde im Döder. Wenn er mich die ganze Zeit verfolgt, was kann ich dafür, wenn ich ihn einfach mal so abknallen will. Ja, Sunny ist Traitor, jetzt schon im Voraus. Wer ist Traitor? Sunny. Achso, okay. Ist klar. Ich bin jedes weiter runter. Ich krieg 10 Euro, wenn das wirklich ist. Aber nicht von mir. Aber nicht von mir. Die Tore auch nicht. Ach, das Blue Fairy ist ja noch nicht um, da kann ich noch runterspringen. Okay, da hat jemand sich getötet, Traitor, ich bin's. Na, gucken, wo ich gleich Spawner. Ich bin eine Katze, deswegen gehe ich kacken. Ich bin Detekte! Na, wie geht's? Na, 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 na. Bist du Traitor? Bist du Traitor? Ja. Also, ich bin nicht Traitor, also bin ich Traitor. Du, was? Ach... Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Boah, ich höre nur Snipers, ich töte 10 Snipers, deswegen... Ihr hört... Ja, das hat nen Schuss gehört. Ich hab... Ah, fuck! Hätte nicht erwartet es! Ja, ja! Das ist so. Wie geil das ist. Wie geil das ist. Wie geil das einfach mal ist. Du 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 du. Ich bin von der Feuerwehr. Wer ist jetzt der Traitor hier? Ja ich nicht. Ich hab Angst. Lebst du noch? Warum rede ich wohl? Ja dann bist du Traitor. Nein! Ich hab nämlich mal ein Detektivradar. Du bist der Einzige hier noch. Dein Detektiv ist tot. Ja also bin ich das. Was war das denn? Wir kuscheln guck mal. Ja wir kuscheln. Super. Meine Analyse war richtig. Hey. Krieg er 10 Euro. Nö. Ich hab doch gesagt ich bin jede zweite Runde Trader. Boah der cheatet doch ey. Wer cheatet jetzt auch hier. Wer cheatet jetzt? Ja ja. Nicht toll. Ich hätte einfach drauf schießen sollen mit der One-Shot-Waffe. Oh Gott ist das geil ey. Das ist einfach besser als jeder Orgasmus. So eine Runde TTT ist besser als jeder Orgasmus den man haben kann. Naja. Das stimmt. Okay Patrick da ist. Ich bin. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Komm mal hier hoch. Es geht voll nicht. Äh lol. In der Mitte. In der Mitte. Bleib. Sunny. Bleib mal bei dir. Du wirst ja sowieso Traitor oder Detective. Wenn du nicht Detective bist bist, bist Traitor. Jetzt wird dir schon. Ja ne. Ja Sunny. Traitor? Hallo. Oh wer wird zuerst sterben? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat äh Dingsler da weg gesnipert. Ich weiß nicht. Äh. Schiesa. Bad Gay. Ich ach so das war Bad Gay. Duuuu. Lache. Hey. Lache. Mach die. Mach die. Mach die. Okay. Okay. Er ist Traitor. Was? Kasu ist. Kasu ist. Ich sag Kasu ist. Ich bin. Ich bin. Ja. So verdient ey. 10 Euro auf Kasu. Das ist ja mir heruntergefallen. 10 Euro auf Kasu. Wo ist der Detective jetzt? Ist er auch gestorben? Nö. Ich versteck mich. Okay. Dann ist er noch in Ordnung. Ja ne. Hallo. Du. Ah du. Das ist gleich ein Pen an mir vorbeigeflogen. Ja okay. Glut ist es. Warum bin ich erst auf einmal? Also im Traitor-Menü. Und das hab ich gesehen. Hahaha. Der zieht eigentlich runter. Nehm. Ja alles nur. Die. Vermutungen. Das geht gar nicht. Sani will fliegen gehen. Sani in die Freiheit. Wer lebt denn jetzt noch alles? Ich hab nicht zugehört. Malik lebst du noch? Ne. Ich hab nicht zugehört. Malik lebst du noch? Malik lebst du noch? Der hinter uns ist übrigens noch einer. Du bist du das? Ja das bin ich. Ja. Ja bist du Traitor? Nein. Weil ihr beide könnt euch umbringen. Na ja die seit die letzten. Okay. Hahaha. Ich bin der Beste. So 10 Euro ne? Ich muss ja oberdetektiv werden. 10 Euro? Also du hast gesagt von wem du die kriegst. Na egal ich krieg 10 Euro. Du kriegst von mir selbst 10 Euro. Das geile ist ich wollte es nicht umbringen wenn er nicht mehr tut. Ich hab Selbstmord gemacht. Für 10 Euro mach ich gerne mal ne Runde Selbstmord. Weil du bist alles runtergefallen. So. Aber ne äh Fandom eine Frage war das random von dir. Ja. Ja. Genauso wie du. Genauso wie du vorhin. Also nein. Du kamst mir verdächtig vor. Ja du auch. Nö. Ich fand's sehr schön das Maxix einfach Selbstmord begangen hat. Er verdächtigt mich ganz doll fällt runter. Ja. Muss ich mich erschließen. Ja gleich mal reporten. Ich hab fast meine Glasflasche runtergeknallt.